danke danke für gar nix muss doch hier drüben weiter klar und die zeit ich will nach unten ich will doch nicht nach unten ich will immer nach oben nie mehr was bist du denn habt jetzt neue waffe erfunden das gefällt mir nicht ich fand ich dich so danke hier haben wir schon mal drüben liegt was die leiter hin da unten muss ich denn da weiter muss ich hier oben weiter das habe ich ausnahmsweise mal gesehen die volle hier runterspringen sollte ich nicht das wäre mein todesurteil naja du bist da ist eine kiste die will ich gerne mitnehmen die kiste will ich haben egal wie ich will sie haben und wenn ich auf fünf runter volle recht tags und was kann ich noch mal ja kannst du sterben dankeschön oh wie komme ich jetzt what wie ich habe doch keinen schlüssel mehr ok es gibt also doch ich habe den noch oh das war der schlüssel bietzelkönig bietzelkönig mh-mh willkommen zu meinem sanftim widdels ich verabschiede ich nicht wirklich erwartet dich zu machen diese in person oh die 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 diese in die überhaupt Oder wer du bist. Was oder wer du bist. Jetzt hörst du nahe und hebe die Rundsprache. Oder die Antwort zu dieser, wird ausreichend bleiben. Bist du ein Puppet? Oder ein menschlicher Mensch? So gesehen bin ich eine Puppe, hergestellt von Gepetto. Aber die Puppe identifiziert sich immer mehr als ein Mensch. Und weder ich lüge oder ich sage die Wahrheit. Hassen und sind einsam wie Menschen. Wir sind Menschen, wir leben, wir denken, wir lieben, wir lieben, wir lieben. Wir sind alleine, wie alle Menschen. Und Menschen. Sie haben uns in der Person, die sie nennen, Puppetry. Ich habe diese Wahrheit lange, lange, lange vor. Das ist warum ich meine Revenge gegen sie immer schon seitdem. Blut und Revenge, Revenge und Blut. Es ist die einzige Sache, die wirklich macht mich. Und es war so viel Spaß. Und es war so viel Spaß. Der letzte Schlüssel, den ich brauche, um beim Bahnhof aufzumachen, die Tür. Mh-hmm. Weil ich den Mistenumhang und Quarz. Und das war so... Naja, die Puppe... Du hättest mir auch den letzten Schlüssel geben können. Dann hätte ich wenigstens alle Türen öffnen können. Frech. Naja, egal. Wir haben noch was bekommen. Was Neues zum Anziehen. Ein... Oh, wo waren die anderen da? Waren Kostüme. Wo ist er denn? Der war das, ne? Jo. Der ist das. Aber der sieht ja absolut hässlich aus. Damn. Hätte ich doch vielleicht die Wahrheit sagen sollen. Und sagen, wir identifizieren uns als Mensch. Wäre das richtig gewesen? Ich denke nicht. Naja, egal. Leider haben wir den letzten Schlüssel nicht bekommen. Finde ich super schade. Wir haben da oben noch eine Kiste, die ich ganz gerne aufmachen würde. Wollen wir, bevor wir gleich hier rausgehen... Hier ist die Leiter. Perfekt. Aber wie kommen wir denn jetzt da hin? Da drüben ist die Kiste. Der Tee ist kaputt. Springen, ne? Ne. Das funktioniert nicht. Schade. Kann ich mich da irgendwie reinfallen lassen? Wäre das vielleicht eine Option? Wenn das mit dem Spring schon nicht funktioniert. Wait. Ne, das geht nicht. Ne, das funktioniert nicht. Schade. Ne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Oder wie ich da rankomme vor allem. Was ist hier? Also wir haben zwei Wege. Wir haben entweder einen Fahrstuhl, der uns irgendwo hinführt. Ein Fahrstuhl, der uns irgendwo hinführt. Und einen Weg da lang. Ja, welcher ist jetzt richtig? Welchen soll ich jetzt gehen? Irgendeiner führt uns eh zum Boss. Ich meine, er spielt keine Rolle. Wir müssen irgendwie da lang, ne? Aber... Wenn mich der Fahrstuhl noch hochfahren würde, dann würde ich den Fahrstuhl nutzen. Achso. Ja, stimmt. Guck mal. Guck mal. Den Sprung schaffe ich nicht. Nein. Schaffe ich den Sprung denn hier? Nein. Oh, das war so knapp. Damn. Das war schon knapp. Das muss ich nochmal probieren. Irgendwie muss man ja da rüberkommen. Oh, guck mal da. Da ist der Fahrstuhl. Okay. Wir nutzen den Fahrstuhl. So. Bring mich mal nach oben, bitte. Nicht nach unten. Das wäre ein Fehler. Nach oben. Nach oben, bitte. Danke. Wir bringen mich noch weiter nach oben, ne? Und hier komme ich bestimmt jetzt zur Kiste. Perfekt. Was haben wir drin? Haben wir jetzt hier wenigstens den letzten Schlüssel drin? Mann, ich habe ein Rätsel übersehen. Das nervt. Gut. Das ist... Das ist gut. Aber wo bringt der mich sonst hin? Ich muss den nochmal rufen. Ich gucke erst, wo der Fahrstuhl lang geht, bevor ich... Ach komm. Egal. Hier ist auch ein Fahrstuhl. Ne, ich will den anderen nutzen. Ich will den anderen nutzen. Damn. Was ist das? Zwei Fahrstuhle, wo ich nicht weiß, wo die hingehen. Irgendeiner würde mich eh safe zum Boss führen. Ich nutze jetzt den hier. Ist egal. Die anderen können wir uns nachher noch angucken, wo der uns hätte hingeführt. Ja, der bringt uns weiter nach oben. Oh. What the... Junge. Beruhig dich. Was ist dein Problem? Oh, die greifen wir auch noch an. Gleich. Nein, ich habe keine Dings mehr. Ja, ja. Komm mal bitte her. Da haben wir eine Leiter. Wir müssen an denen vorbei. Wir müssen an ihnen vorbei. Ich möchte auch wissen, wo der andere Fahrstuhl hingeht. Was ist das? Egal. Wir gucken erst mal, wo das uns jetzt hier hinführt. Und dann gucken wir weiter, wo uns hätte der andere Fahrstuhl hingebracht. Die ganzen Puppen. Das ist ein bisschen creepy. Ein bisschen creepy das ist. Ja, nein. Wir gehen erst gucken, wo der andere Fahrstuhl hingeht. Bevor wir den Boss machen. Wir gehen erst gucken, wo der andere Fahrstuhl uns hätte hingeführt. Vielleicht führt er uns ja auch zum Boss. Aber wir haben ja auch einen Nungsungs-Tag. Das heißt, wenn wir sterben, dann sterben wir. Ist natürlich auch nicht so toll. Okay. Gehen wir halt so lang. Äh, 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 okay. So, wir haben leider keinen Stargäser hier. Das heißt, wenn wir sterben, haben wir eine Weile zu laufen. Einen wirklich weiten, weiten Weg. Habe ich ja gar keinen Nerv drauf. Wo führt der uns hin? Nach unten? Nach unten, okay. Der führt uns nach unten. Das heißt, wir könnten den Boss vielleicht sogar skippen. Also, würde ich nicht toll finden, aber... Hm, egal. Was bist du? Wer bist du? Dich kenne ich ja so noch gar nicht. Versuch's, Objekt. Probier's doch mal. Äh, wird glücklich, cool. Ja, hey, du scheinst mir aber nicht so glücklich zu sein. Naja, wir gucken mal. Vielleicht kommen wir ja noch gar nicht raus, weil wir erst oben den... Ja, doch, wir kommen um... Doch, wir kommen anscheinend raus. Oh, das ist das hier. Okay, dann gehen wir nochmal schnell zum Stargazer und... Heilen uns doch mal und holen uns mal die Tränke wieder. Tipp, 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 tipp. Danke. Hat ja zum Glück nicht gedauert oder so. Nein, gar nicht. Haben wir denn Ergo, was wir denn noch rausgeben können, bevor wir den Kampf bieten? Nein, haben wir nicht. Shuttle, das nächste Level kostet leider 15.000. Egal. Dann wollen wir jetzt mal zum nächsten Boss gehen. Auf zum nächsten Boss. So, Versuch's, Objekt Nummer 587. Ähm, ja, da. Kann's gerne gehen. Tür ist offen. Ciao. Geh. Dann, hoffentlich. Naja. Dann geht's wieder nach oben, ab zum Boss. Och, n-ditte nicht. Ich will jetzt keinen Boss machen, aber ich muss, um weiterzukommen hin. Ähm. Ist frech. Wait, kann ich den herlocken? Ja, 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 komm mal her. Ja. Ja. Haha. Let's go. What the... Juh, das war nicht so abgemacht. Juh, das war nicht so abgemacht. Hör auf. Guck mal her. Guck mal, da ist wieder offen. Du magst ja bestimmt da rauf gehen, oder? Zum aufhören zu springen? Au. 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 Und da ist noch eine. Ja, ja, komm. Komm, komm, komm. Dankeschön. Aber das Problem ist, doch es geht. Es funktioniert. Nevermind. Danke. Stirb. Super. Gut. Dann fahren wir jetzt wieder nach oben und gucken mal, dass wir den Boss sofort machen. Ob ich da Lust drauf habe? Ob ich fluchen werde? Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ob ich ihn hassen werde? Ja. Ja. Ja, jetzt kommt ja der gleich wieder, ne? Nö. Oder bist du... Bitte, bitte, bleib tot. Bitte, bleib tot. Bitte, bleib tot. Bitte, bleib tot. Nein, der ist nicht tot. Danke. Gott. Jetzt habe ich dadurch wieder alles verbraucht, was ich hätte verbrauchen können, ne? So, du bleibst auch tot, mein Freund. Ja. Ich hoffe, der ist nicht allzu kompliziert. Gott. Du siehst aus wie die Idee von der Bruderschaft. Naja, wir lassen uns gleich mal überraschen. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause. Dann geht es sofort mit dem Boss weiter. Und dann gucken wir mal, wie viele Trice wir doch eigentlich brauchen. Goodie. Dann bis... Bis gleich. Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ich möchte nicht. Naja, wir gehen mal rein. Mal gucken, was auf uns zukommt. Hallo. Wasser, das ist nicht gut. Ich glaube, ich werde... Oh, bist du das? Wer bist du? Und was bist du? Hä? Boah, hat sie Katze. Boah, hat sie Katze. Wie warst du mich all den Weg hier? Kampf ist immer meine letzte Wahl, du weißt? Aber du bist nicht irgendwo nahe, meine Freundin, mein Freund. Du musst mich erst durchgehen. Und ich dachte, wir waren Freunde. War das überhaupt nicht wahr? Nein. Wir waren nie Freunde. Goldmünzenfrucht geben. Ich lasse dich gieren, mein Freund. Gib mir einfach etwas von deiner Goldmünzenfrucht. Wow. Weiß ich nicht. Gib mir einfach Gipetto dann, vielleicht. Na dann. Letztendlich wollten wir das gleiche. Er lässt mich aber vorbei, Maske der schwarzen Katze. Er lässt mich jetzt einfach dran vorbei. Oh, okay. Äh. Werden wir sehen, ne? Ich hoffe, deine Schwester greift mir nicht an. Sonst, du würdest sie leben lassen, wenn Gipetto dafür leben darf. Das war die schwarze Katze. Also, die schwarze Katze hat mit dem allen nichts zu tun. Sondern Fuchs. Fuchs hatte mit all dem was zu tun. Wenn die Katze nicht mit dabei war oder nicht mit... ...das alles geplant hat. Oh Gott. Das... ...wird lustig. Ach du Heilige. Wir müssen weiter nach oben, ne? Ja. Wir können nach unten. Wait, was? Da ist ne Leiter. Bevor wir nach oben gehen. Was ist denn da Schönes? Was haben wir denn hier? Einen Gemini's Notfallschutz. Notfallschutz. Okay. Nice. Danke. Aber ich hätte ganz gerne noch sowas wie einen Stargazer. Wir sind relativ weit oben. Ich habe keine Lust, jedes Mal neu zu laufen, wenn ich zum Boss muss. Aber er hat uns wahrscheinlich nur nicht angegriffen, weil wir gerade ihm die Goldfrucht gegeben haben. Hätten wir es wahrscheinlich nicht gegeben, hätte er uns angegriffen. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ich weiß sonst nicht, wie ich mir das erklären soll. Naja, egal. So, wie weit? Ach so. Ne. Ne, es geht noch weiter nach oben. Ein Stargazer wäre was Schönes. Ja, perfekt. Dankeschön. Ach, da wartet ja schon wieder einer auf mich. Oh nö, nicht du. Warum du? Einmal bitte aufladen. Mehr können wir gerade eh nicht machen. Ja, ich habe die schon gesehen. Das braucht der Nebel auch nicht. Warum sieht das ja aus, als würde das hier kaputt gehen? Komm, wir machen gleich noch einmal. Ja. Gar kein Problem, for the King. Danke. Oh no, hau mich nicht. Aua, aua. Warte mal. Hör auf, danke. Da liegt noch was und da geht es auch noch mal irgendwo hin. So viele Abzweigungen. Also, dass hier das versteckt, der von Katze und Fuchs, da ist eine Falle. Da wollen wir mal nicht reingehen. Was ein Scheiß. Das ist unglaublich. Ach so. Oh, ich kenne mir doch schon. Kommt jetzt hier nochmal alles zusammen, was wir so gesehen haben über die Zeit? Das scheint mir so. Das scheint mir so. Das scheint mir so, als würden wir jetzt nochmal alles sehen, was wir in dem ganzen Spiel gefunden haben. Ich hasse diese kleinen Picher. Die sind eklig. Stürm. Danke. Da hinten haben wir noch was. Das nehme ich mir nochmal schnell mit. Rüber, ja gut. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Okay, dann ging es ja auch noch irgendwie runter. Wo das da wohl hingeht. Wir schauen erstmal hier. Ich nehme mal an, hätten wir der Katze nicht die Frucht gegeben, hätte er es uns wohl bekämpfen wollen. Jetzt wo wir ihm die Frucht gegeben haben, hat er uns durchgelassen. Ja, das sollte schlüssig sein. Alter, ihr mit eurem Peitschen, ne? The fuck, wieso seid ihr so viele? Ich habe keine Dings mehr. No, Digga. Da ist ja noch einer. Was ist das denn? Äh, das ist jetzt nicht so cool. Leute, das feiere ich nicht. Hört mal auf. Ja, Mann, ich mag dich auch nicht. Kannst du jetzt bitte sterben gehen? Dankeschön. Und er geht jetzt wieder zurück, oder was? Und beschützt das Tor. Ja. Aber ich bin nicht zu. Ja, ich bin nicht zu. Meine Daumen